Herzogin Kate steht ein weiteres Jahr voller Verpflichtungen und möglicherweise großer Anerkennung bevor. Sie wird von König Charles noch mehr ins Rampenlicht gerückt. Die Daily Mail spekuliert über eine mögliche neue Position im britischen Königshaus. Kate könnte zur königlichen Dame des Hosenbandordens ernannt werden. Dieser prestigeträchtige Orden, der auf eine fast 700-jährige Geschichte zurückblicken kann, symbolisiert die höchste Ritterwürde im Vereinigten Königreich. Eine solche Ernennung würde Kate neben Königin Camilla und Prinzessin Anne stellen und ihre Position innerhalb der Monarchie weiter stärken. Sollte Charles diesen Schritt mit Kate unternehmen, wäre dies ein deutliches Signal für ihre Bedeutung im Königshaus. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass die Herzogin erstmals die Möglichkeit erhalten könnte, eigene Royal Warrants zu vergeben. Ein Privileg, das es hochrangigen Mitgliedern des Königshauses erlaubt, ausgewählten Unternehmen das Führen des königlichen Wappens zu gestatten und sie zu Hoflieferanten zu machen. Diese Auszeichnung verleiht den Unternehmen national und international ein hohes Maß an Prestige. Experten sind sich einig, dass eine offizielle Unterstützung durch Kate für britische Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Mode und Lifestyle, von unschätzbarem Wert sein könnte. lich. In der Regel. Vielen Dank.